Hallö hier meine lieben Freunde, wir sind zurück bei FIFA und es schneit immer noch. Ich glaube es ist ein halbes Jahr hier Winter. Ah, es macht einfach keinen Spaß. Im Berlin Olympiastadion, im Schnee. Und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Wir sind hier gerade im Pokal rausgeschlagen. Freistoß, ja, aber keine Verwarnung so früh im Spiel tun es auch ein paar ernste Worte an den Spieler. So. Und jetzt machen wir mal einen Konter daraus. Und sehr gut. Hallö hier. Da wird doch der Druck gesetzt. Nein. Klasse Defensivleistung zuletzt. Ja, ja, kommt, spielt wieder auf Ball besitzt hier. Wesselang richtig stark. Ihr wollt mich doch nur ärgern. Ja, das ist wirklich stark. Und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann habt ihr hier. Scheiße. Und die Flanke hat er. Gott sei Dank. So, dann machen wir mal einen Spielaufbau hier. Er ist Luis Gustavo. Arnold. Arnold. Ja. Oh mein Gott, ich kann immer keine Bälle erkämpfen für das. Hopp. So, der Trash macht es. Arnold. Ja, der E-Manat, der verliert immer die ganzen Bälle davor, ne? Ich brauche einen Stürmer. Große ist es aber auch beschissen, ey. Scheiß Transferpolitik hier. Hätte ich mal selbst gemacht. Wäre nicht Spieler geworden, sondern Manager. Hätte ich vielleicht auch besser gekonnt, als wie dieses Scheiß rumgezocke. Schürrle. 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 Ja, klar. Christia. Ja, Schürrle. Klasse. Boah. Musst du auch mal reinmachen, Schürrle. Müsst du Ecke geben und die gibt's auch. So. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Gila Vogi. Luis Gustavo jetzt. Den Angriff blockt der Abklasse aufgepasst. Hmm. Stocker. Oh, scheiße. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gott sei Dank. Ja, klar. Es gibt Ecke. Oh mein Gott. Rodriguez, ey. Schweiz spielt sie super gut und... Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Tote hat den Ball. Ja, lauf doch einfach in die Spielereien hier, ey. Ich weiß, ich bin immer selbst verantwortlich, aber ich... Was kann ich denn dafür, dass es so schlecht wie wir spielen können? Ja, was soll man da groß sagen? Nicht... Ja, sagen wir mal die besten Bewegungen. Aber solange der Schneefahr nicht stärker wird, dürfte es keine allzu große Probleme geben. Und jetzt Luis Gustavo. War so ein geiler Pass. Und du nimmst den Ball anstatt einfach zu laufen. So. Mein Gott, muss denn Aldo erst mal wieder das richten? Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Nein. Schürrle. Nein, nimm doch den Ball an. Er fängt den Ball ab. So, jetzt ist erst mal Pause. Es steht hier noch 0 zu 0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team... Ich will doch nur mal wieder gewinnen, ey. Ich habe, glaube ich, gefühlt seit 10 Spielen nicht mehr gewonnen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Da kommt der Pass auf außen. Und der Ball hat er sich geholt. Oh, du bist so ein Eumel. Tag. Er setzt die Grätsche an, auch bei diesen Bedingungen. So, erst mal Zeichen setzen, Dante. Geh nach hinten wieder. Dante! Geh nach hinten. Ja, gleich wird hier gewechselt. Ja, ja, gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. So, lass mal Füße spielen, ja. Draxler. Oh, Draxler ist hier. Bringt nur nix, wenn er die Bälle immer verliert hier. Darida. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Shellbrett. Es ist so anstrengend geworden. Wo ist die Leichtigkeit hin von den ersten Spielen, wo wir immer gewonnen haben? Da kann er sich den Ball holen. Vielleicht muss ich die Fähigkeit doch wieder runterschrauben. Aber ich kann ja nicht einfach immer leicht an den Leuten vorbeirennen können. Ich muss mich auch mal verbessern. Und ich hasse es, weil ich den Ball nicht habe und immer nur hinterherrennen muss. Das ist nur so Glücksscheiße, weißt du? Das ist nicht mal, das ist nicht mal, das ist nicht mal irgendwie, dass ich gut gut Fußball spielen kann. Ja, ich spiel doch den Ball da zum Gegner. Zack, muss jetzt mal die Quitsche wiederkommen. So, Traxler, jetzt mach ihn rein. Mein Gott. Boah. So ein Scheiß-Tor da noch, ne? Ah, war Torstor. So, jetzt kein Gegentor mehr bekommen. Dann gewinnen wir wenigstens das Spiel. Nein! Boah. Wie scheiße kläre ich denn den Ball da in die Mitte? Kann auch nicht sein. Ja. Bellarabi. Deswegen spielst du nie, weil du einfach immer den Ball verlierst. So. Darida. Ach, scheiße. Gegen Bayern München im nächsten Spiel. Sehr schön. Der Gegner in der nächsten Partie, der Hatana, er heißt 1. FC Köln. Da könnte eine Leistung wie heute nicht reichen. Ach, Traxler. Kann sich auch mal durchsetzen, ne? Oder wenigstens zu elf fahren, er rennt. Und es bleiben noch 5 Minuten. Große Kämpfer. Hallo. Sie spielen die einfachen Bälle, holen sich zur Sicherheit und legen sich den Gegner langsam zurecht. Na ja. Sie schalten noch mal auf Angriff, sie wollen den Auszeit angriffen. Max Grusamwalt. Draxler. Und so zur Eckfahrerin. Gut. So ein Scheißspiel. Trotzdem gewonnen. Geht ja einigermaßen. Also dann danke fürs Zugucken. Wir sehen uns zum nächsten Spiel. Bis dann. Ciao, ciao.